Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Er war zuletzt parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungs- und Forschungsministerium. Zuvor war er in mehreren DAX-Vorständen Vorstand und heute ist er Buchautor und Ideengeber weiterhin für die Politik. Die Rede ist von Thomas Sattelberger. Er ist gleich bei mir im Studio. Bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen Thomas Sattelberger. Schön, dass Sie da sind. Es freut mich sehr. Wir wollen heute über Ihr neues Buch sprechen, Radikal Neu. Ich halte es mal in die Kamera. Wie lange haben Sie dran gesessen? Ja, fünf Monate und insgesamt 1000 Stunden. Also jede Seite drei Stunden. Radikal Neu heißt der Titel. Und der Untertitel gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft. Ist das eigentlich ein Titel, der die Deutschen eher anspricht oder abschreckt? Weil Sie beschreiben ja die Mentalität der Deutschen ganz gut in diesem Buch. Also es ist ein attackierender und konfrontierender Titel. Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich Klartext rede und nicht irgendwo ein bisschen so rhetorisch drumbrösele, damit es politisch korrekt ist. Es ist so, wie ich es sehe. Kleine Reformchen helfen nicht mehr. Das Land ist im Fall nach unten, ohne Halteseil im Augenblick. Und kulturell sind wir ein Land des Mittelmaßes, ja zum Teil des Schlechtmaßes geworden. In Ihrem Buch schreiben Sie so schön, dass die Deutschen so maschinentreu sind. Also dass wir sozusagen auch so wenig Veränderungsbereitschaft zeigen, weil die Mentalität in diese Richtung geht. Und da würde mich einfach mal interessieren, was meinen Sie damit? Also Sie schreiben von der Industrie, die hier eigentlich gewachsen ist und die natürlich auch eine Tradition hat, die sich aber aufgrund dieser Treue so wenig verändern will. Also wir reden ja im Grunde vom Wechsel von einer Maschinenfabrik Deutschland, ich nehme jetzt das Auto auch als Maschine, hin zu einer Digitalökonomie. Die durchaus auch gerne noch klassische Wirtschaft hat, aber deutlich weniger. So und natürlich sind wir in dieses Erfolgsmodell Maschine, Anlagen und Autobau vernarrt. Das hat uns ja seit Werner von Siemens und seit Maybach und Benz hat uns das quasi Erfolg beschert. Und wir leben im Grunde noch von den Technologien aus den Kaiserzeiten. So und das haben die Menschen gelernt, das wird von Familie zu Familie auch kulturell weitervererbt. Und das ist ein Stück unseres Problems, sowohl ökonomisch wie aber auch mental, vom Mindset her. Jetzt schreiben Sie, wenn Sie über die Führungsstrukturen sowohl in DAX-Konzernen sprechen, als auch in den Beamtenapparaten, im Ministerium und so weiter, dass man so wenig Innovationskraft hat, weil man die alten Zöpfe nicht abschneiden will. Ja, warum sollten erfolgsverwöhnte Manager und Politiker, die fast immer nur im Sonnenschein gearbeitet haben, Warum sollten die alte Zöpfe abschneiden? Der Frosch legt den Teich nie selber trocken. Deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir Disruptoren und Disruptorinnen von außen brauchen. Sowohl ins Politiksystem hinein, wie aber auch ins Wirtschaftssystem. Und ich fühle mich da auch durch empirische Forschung bestätigt und bekräftigt. Aber wer soll das aus Ihrer Sicht sein? Sie machen ja auch zahlreiche Vorschläge. Wer soll die umsetzen? Wer sind diejenigen, die diese Vorschläge umsetzen können? Also persönlich glaube ich, und ich habe sehr intensiv unser eigenes Land studiert, vor den Harzreformen von Schröder und danach. Ich habe intensiv Großbritannien und die Zeit vor Thatcher und nach den Margaret Thatcher-Reformen, guten wie schlechten, habe ich mir angeschaut. Und also erstens ist es ein langer Prozess, ad eins. Und zum zweiten bin ich zutiefst davon überzeugt, dass aus der Krise heraus Führung entstehen wird. Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Namen nennen, dann würde er aber vielleicht, würden Sie sagen, nee, passt mir gar nicht oder sehe ich ganz anders. Aber ich sehe in diesem Biotop, in Wirtschaft wie in Politik, sehe ich Figuren, die heute noch nicht an der Macht sind, aber denen ich zutrauen würde, hinzulangen und tatsächlich kräftige Reformen für das Land vorzunehmen. Was müsste sich denn ändern aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie sagen würden, oder wenn Sie morgen Bundeswirtschaftsminister wären, was wäre denn Ihr erster Fünf-Punkte-Plan für eine Regierung unter Sattelberger? Ja, also erstens würde ich wahrscheinlich das Thema Klima rausnehmen. Sondern im Kern Wirtschaft ist grüne Wirtschaft, ist blaue Wirtschaft, ist gelbe Wirtschaft. Also da würde ich sozusagen wieder einen klaren Fokus reinbringen. Aber weniger für Klimawandel tun? Nein, 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 nein. Ich würde zuspitzen. Denn heute hat man ja im Grunde, wenn man sich den riesigen Klimafonds anguckt, da hast du manchmal kein Gefühl, wo da noch Wirtschaft tatsächlich vorkommt. Also ich würde wieder refokussieren auf das Thema Wirtschaft. Zum Zweiten würde ich signifikant die Startbedingungen für Startups auf den Feldern Biotechnologie, künstliche Intelligenz, Climate Tech und New Space, um einfach mal vier große zu nennen, systematisch und gravierend verbessern. Drittens, ich würde einen Zusammenarbeitspakt mit dem Forschungsministerium schließen. Denn eines ist klar, die neue Ökonomie, das ist nicht Business-to-Consumer-Plattformen, Amazon und Zalando, sondern neue Ökonomie, das kommt exakt aus diesen vier und ein paar weiteren Deep-Tech-Feldern und die sind forschungsintensiv. Das heißt, im Grunde muss hier der Schulterschluss ganz, ganz eng sein. Last but least, und das ist ganz wichtig, die tradierte, etablierte Wirtschaft kann man ja nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Sondern die ganze Frage der Digitalisierungsberatung, der Digitalisierungshilfen, die Frage wirklich, wie können wir Corporate Spin-Offs fördern, an die wird ja überhaupt nicht gedacht bisher. Das wären für mich Schlüsselfragen jetzt für die etablierte Wirtschaft. Aber nicht die Elektromobilitätsprämie. Dann verstehe ich das richtig. Nur noch mal zur Klarstellung auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer am Schluss. Sie wollen tatsächlich das Thema Klima und Wirtschaft auch mit Geldverdienen verbinden. Also Sie sagen, es ist nichts Gemeinnütziges und kein übergeordnetes Thema, sondern tatsächlich ein Projekt, mit dem wir heute, das ist ein ganz normaler Wirtschaftszweig. Das ist ein normaler Wirtschaftszweig, mit dem man viel Geld verdienen kann. Nicht wie Siemens Energy, aber die Amerikaner und die Chinesen machen es uns ja vor, dass man da viel, viel Geld damit verdienen kann. Und ich bin nach wie vor 40 Jahre Wirtschaft. Die haben mich geprägt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Volkswirtschaft aus Altruismus heraus sich gravierend verändert. Dazu bin ich zu tief in den Systemen drin gewesen. Übrigens auch die Politik nicht. Sondern es muss eine gesunde Mischung aus Egoismus und Altruismus sein. Punkt. In dem Buch befassen Sie sich auch mit dem Thema der Generation Z. Ja. Und da geht es Ihnen darum, dass Sie sagen, naja, der Anspruch oder das, was manchmal da so formuliert wird, seitens der jungen Leute ist schwierig. Aber andersrum sagen Sie auch, wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, müssen die schon auch sich bewegen und auf die jungen Talente zugehen. Wie müssen die sich denn aufeinander zubewegen? Müssen wir den jüngeren Menschen wieder beibringen, wie man arbeitet? Oder umgekehrt müssen die großen Unternehmen oder auch Mittelstandsunternehmen lernen, wie man auf die jüngeren zugeht? Wie ist da die Waage zu? Also die ganzen Generationenstudien deuten eigentlich darauf hin, dass diese berühmte Generation Z gar nicht so unterschiedlich ist zu den anderen Generationen. Sondern sie ist eine neue, heranwachsende Generation. Und da kommt im Grunde dieses alte Spiel, das ich schon bei der Generation Y erlebt habe, Nämlich die Frage, bewegen sich Firmen auf junge Generationen zu? Und zweitens, und das ist nicht die Schuld der Jungen, sind Firmen bereit, das, was Hochschule und Schule an Defiziten bringt, dafür auch wieder ein Stück Reparaturbetrieb oder man könnte es liebevoller sagen, Schule der Nation zu sein. Wenn Sie nochmal auf Ihre Zeit in der Politik zurückblicken, würden Sie jetzt nach einer, sage ich mal, gewissen Zeit, die Sie ja jetzt freischwebend wieder verbringen, sagen, es war ein Fehler aus der Politik rauszugehen? Es war für mich ganz wichtig, dass ich mich selber im Spiegel angucken konnte. Und mir wurde böse mitgespielt oder, man kann es auch andersrum formulieren, ich habe Boshaftigkeit nicht schnell genug entdeckt. Zwei meiner Schlüsselprojekte wurden gestoppt. Ich hätte als Lähmdack den Rest der Legislatur verbracht. Also insofern war diese Entscheidung, aus dieser Situation heraus zu sagen, Schluss, war die Gold richtig. Aber ich bin ein politisches Tier. Ich würde, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, würde ich natürlich wieder politisch aktiv werden. In unterschiedlichster Art und Weise. Ja, also wer wissen will, was wir alles für Ideen von Ihnen bekommen können, wie es wirklich ist in der Politik und in DAX-Vorständen, der sollte dieses Buch lesen, radikal neu. Ich glaube, eine schöne Inspiration für uns alle. Man sieht daran eigentlich immer, dass es gut ist, die Gedanken nochmal aufzuschreiben, zu sortieren. Und die bleiben ja auch. Und die kann man weiter diskutieren, an welchen Positionen auch immer. Herr Sattelberger, schön, dass Sie bei uns waren. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020